Ja, ich bin der Boss. Der Boss? Der Boss. Von was? Alles. Wirklich? Ja. Sie helfen mir, falls wir Ihren Unfall haben oder so? Ja. Also sind Sie bei der Stelle gleich und helfen gleich auch. Sie machen das gut. Haben Sie schon mal wieder umgebracht? Nein. Ich bin nicht mehr gestorben. Gute Arbeit, weiter so, ok? Passt. Sie sind dabei. Machen wir eine kleine Pause, ne? Ja. Wie viele Minuten dauert es circa? Die Pause? Ja. Aber dann arbeiten Sie ja weiter, oder? Ja. Dann war es weiter so. Gute Arbeit. Wir dürfen es weiter arbeiten. Grüß Gott, der Boss hier. Kleine Kontrolle. Also es passt alles mit dem Geschäft. Verkauf läuft gut. Passt alles. Also es gibt keine Beschwerden hier. Das ist schön, das ist schön. Und die Ware ist sehr frisch, oder? Nein, ich mache nur Kontrolle durch. Durch ganz Wien hier. Also Kärten, Halbsplatz. Also ist alles ok? Passt. Ich habe alles nach oben geredet. Ja? Passt. Hast du bestanden? Ja. Äh, wie spät ist es denn jetzt? 14,56. Und wann hätten Sie da sein sollen? 14,56. Also passt alles. Sind Sie pünktlich? Gut, dann weiter arbeiten. Passt. 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 Ich wollte nur schauen, ob Sie gute Arbeit machen. Machen Sie es gut, weiter so. Passt. Viel Spaß noch. Haben Sie hier Wache? Also Sie sind hier verantwortlich. Ich bin die Vater. Machen Sie es gut? Also keine Verbrecher hier? Alles ok? Sind Sie hier genug Verbrecher? Aber noch niemanden erwischt oder noch niemanden gesehen? Sind alle ruhig. Sind alle ruhig, wenn Sie da sind. Also haben Sie Angst vor Ihnen? Was ist denn jetzt? Unfordrig. Also machen Sie gute Arbeit. Ja, dann passt. Schön so. Sie können weiter arbeiten. Passt. Entschuldigen Sie, Sie dürfen die Ladies nicht belästigen? Bitte? Nicht belästigen. Sie dürfen nur anbieten. Wenn Sie auch wollen, dürfen Sie es verkaufen, sonst nicht. Alles klar? Ja. Verstanden? Ja. So, ich empfing. So, geht's? Geht schon? Sie sind sehr gut. Sehr tüchtig. Sie dürfen noch weiter arbeiten. Also wenn nicht gefeuert. Ein Sechserpack kriegen wir auch, oder? Wie? Ich muss kurz Ihre Arbeit hier kontrollieren. Bitte? Nein, ich muss nur kontrollieren, die Arbeit, wie Sie es machen und so. Das passiert, wenn ich da drauf drücke, geht das dann runter. Klar, aber zu zweit. Ein von einem passiert gar nichts. Manchmal muss man mal ein bisschen drücken, weil die Leute wissen nichts, was es gibt hier. Weißt du? Aber weißt du, wenn junge Leute sind, so kleine, nimmst du Hase oder Zucker oder Lager. Wenn jemand hört nichts, hört weg schnell. Dann musst du ein bisschen, ganz leicht, ganz leicht. Ja, ja. Passt. Sehr geschmeidig aus dem Handgelenk, so ist es gut. Da musst du Zeit fassen, oder? Ja, ja. Runter auf, oder? So können wir Frauen in unseren Einschulen. Genau. So wollen wir einen Tisch zum Abendräumen. Volle Sachen auf dem Tisch. Und die leere Terrasse. Ja, genau. Sollten uns nichts beschäftigen. Männer. Die Frauen müssen so. Einschulen, aber Zeit ist Zeit. Spät ist spät. Ja. Da kann ich auch lachen. Hallo, Sie können weitermachen. Ich schaue nur Ihre Arbeit, ob Sie gut sind. Ob Sie bleiben dürfen oder nicht. Sind Sie aus Wien? Ja, ja. Ich bin der Boss. Der Boss? Der Boss. Von was? Alles. Wirklich? Ja. Jetzt gehen wir es an, oder? Ja, das ist ein Polarok-System. Das ist ein Polarok-System, oder? Immer diese Kapitalisten. Wahnsinn. Oh, das wird immer. Da ist ein Unterschied, oder? Ja. Also, passt schon. Gehen wir. Gut machen Sie das. Und Sie wollen Ihnen gar nicht helfen? Das ist perfekt. Das macht mich. Wie? Da drauf ist. Ach so, ja. Passt, passt. Gut, dann. Schnell, bitte. Haben Sie den ganzen Tag Zeit? Ich hatte Schutz. Ja. Also, ich schaue die Arbeit, ob Sie gut sind, gut arbeiten. Und ich schaue gerade, wie Sie erklären. Ich bin schon fertig. Das ist gut. Waren Sie zufrieden mit seiner Arbeit? Hat er gut erklärt? Nein. Nein. Was ist er gut? Ich spreche nicht. Du sprich nicht Englisch? Sind Sie glücklich, wie ich es im Programm erkläre? Sind Sie glücklich, wie ich ihn erkläre? Ja. Er ist von Vienna. Sind Sie glücklich mit diesem Produkt? Ja. Ja. Hat er das Siki jetzt gekauft? Ja, ja. Dann haben Sie gute Arbeit gemacht. Weiter so. Wir dürfen bleiben. Bei Ihnen bin ich mir nicht sicher. Grüß Gott. Grüß Gott, bitte. Wo steht denn Ihre Kutsche? Das. Ja, die Pferde sehen gesund aus. Ja. Und haben Sie heute viel verkauft? Bitte? Haben Sie heute viel verkauft? Nein. Also nicht viel verkauft? Nein. Also machen Sie schlechte Arbeit oder wie? Nein, es ist Winter. Es ist wenig los. Ja. Aber Ihre Arbeit machen Sie gut? Ja, ich hoffe. Das will ich auch hoffen. Das passt. Dann dürfen Sie weiter arbeiten. Ja. Passt. Bestanden. Sie auch? Von wo sind Sie eigentlich? Von Ihrem Haus oder was? Äh, das Haus. Ach so. Ich glaube von Ihrem Haus. Ich habe noch nicht zu viel Essen. Ich habe noch nicht zu viel Essen.